guten tag leute hier spricht wieder euer peter geben so leute hoffen wir mal dass wir heute ein gutes spiel abliefern können ich hoffe so dass man heute das mal gegen leipzig gewinnen wäre halt mega wenn man es schafft den leipzig zu gewinnen aber es können es wird ein hartes spiel gegen leipzig leute auch mal aus probleme alle müssen in der hunde drei und haben dann einen so schweren gegner zu kriegen leute mann dann haben wir so einen harten gegner vor uns leute so einen harten gegner und kun muss endlich mal der knopf öffnen leute da muss endlich mal sein knopf auf öffnen leute ja das nachher so muss man sagen dass er den knopf geöffnet wird leider dass der knopf geöffnet wird das wäre halt so wichtig wenn das ein knopf einfach los licht kann ok wir wollen viertelfinale wir wollen so alle du all der osnabrück wer alle hannover stuttgart und wir kriegen leipzig leute wir kriegen leipzig alle das ist bitter leute dass man leipzig bekommen das ist so heftig das ist halt richtig schade kuh muss endlich mal mal aus dem charte raus leute kuhn kommen muss aus dem charte raus insulin ok muss aus dem charte raus leute kuhn muss aus dem Etat kuhn muss aus dem charten raus mano Oh man, hoffen wir mal, dass das Spiel heute besser wird und wir alle ein gutes Spiel werden und halt so richtig, richtig gutes Spiel abliefern können. Und vielleicht wird es vielleicht ein Zünder für die Bundesliga, die Liga, Leute. Vielleicht für die Liga, dass man irgendwo endlich mal rankommen. Dass man einfach die Liga, dass er sein, dass Kühn einfach mal die Chance jetzt nütze kann, weil sonst, wir haben ja, wir gucken ja, ob man noch irgendeinen anderen Spieler kriegt in der Sommer. Aber Geldmäßig ist ja das Problem, wir haben zurzeit nicht viel Geld. Aber dann gucken wir mal, vielleicht sind wir ein guter, der halt freier Spieler ist. Wir haben ja ein paar im Petto, die man aufscouten, Leute. Die wir vielleicht scouten könnten. Der ehemalige, der ehemalige Leute, trifft seine ehemaligen Leute. Ganz ruhig Leute, wir müssen nicht hetzen, aber wir müssen auch gut spielen. Und da die Leichter hat, wir müssen jetzt nur sehr viel für die Liga, der weil sie nicht mehr rồi will. Ich fand er so viel Geld, aber wir müssen in der Lage ins Kühne. Die Liga, die Liga, die sich nicht mehr als Kühne immer nach in der Ruhig. Und dann kam die Liga weiter, der immer noch ein paar Jahre im Tau. Und dann kam die Liga. 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 Und dann kam das Liga. Hier kam die Liga. Leipzig Leipzig kämpft alle die wissen Leipzig hat jetzt alle alle Leipzig ruhig spielen Leipzig wir haben Zeit wir müssen jetzt oh man das ist ja das Ding weil war gut dran geblieben dran geblieben das musste sein er war gut im Floh drin er war im Floh drin und ane fehlern Alla Mann, ja, meine Hände, bald, Kada, aber dann, haben wir den Ball nicht mehr weggekriegt, Leute, haben wir den Ball einfach nicht mehr weggekriegt, Leute. So war der Ball frei und das ist halt das... So spielen wir nicht schnell, sind wir nicht schnell genug wieder aktiv, Leute. Guck, hier wird wieder faul gewertet, Leute. Boah. Oh man, das sind die Pässe, die einfach... Die dann funktionieren müssen, Leute, die Bälle. Die dann funktionieren müssen. Ja, dieses Spiel wird wahrscheinlich um... Ja, mit Krampf passieren. Da wird gekämpft bis zum Anschlag, da muss gefeilt werden. Da muss gekämpft werden. Und Leipzig weiß natürlich, es geht halt um viele für beide Teamplaner. Aber wirklich, ich hoffe, dass wir Karawinga bekommen haben, Leute. Und das ist... Oh man, man, warum geht... Ja, das ist... Ja, klar, nicht unterstützt, sagt keiner. Ja, ist in Ordnung, weiterspielen, war doch gar nicht, Leute. War doch gar nichts, Alter, war doch gar nichts. Oh, Mann, wieder. Ruhig bleibe, die erste Hälfte ist fast zurück, Leute, die erste Hälfte ist... Die erste Hälfte ist fast rum, Leute. Wir müssen weiter an, weiter kämpfen, kämpfen, fighten, Leute. Aber wir müssen weiter dranbleiben, wir müssen weiter dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Er wird vielleicht bald rausgenommen, Leute. Der VH, der Geldgesperr, äh, der Gelbverwandeltner, der wird vielleicht... Das 일단, der Geldgesperr, äh, der Gelbverwandeltner, der wird vielleicht... Onze Oceanen-Kawai, der Gitarren besorgt. Und bei der Gitarren-Kawai, der Eine Gitarren-Kawai. Das ist ja klar, weil wir mit der Gitarren-Kawai-Kawai-Kawai-Kawai-Kawai-Kawai-Kawai-Kawai-Kawai. Ruhig bleibe, London, ruhig bleibe doch, Allah, ich werde das Spiel jetzt wirklich um... Pech, das war ein bisschen Pech, das war... Ah, Mann, ich wollte mich nicht durchstecken, aber ich... Oh Gott, war das eng, Leute, war das eng, Leute, Mann. Junge, war das enges Spiel, Mann, war das enges Spiel, Leute. Da ist es... Und Fuchs macht, dass du fast vom eigenen Strafraum rennst, der komplett das Ganze fällt, so tue ich, Leute. Vom eigenen Strafraum bis zum Tor, Alter, vom eigenen Strafraum. Bis zum eigenen Strafraum zum Torhüter zu... Und jetzt führen wir drei... Oh, Alter. Junge, das Spiel könnte vielleicht ein Wendepunkt werden, Leute. Könnte vielleicht ein Wendepunkt werden, in dieser Liga, in dieser Saison. Könnte es ein Wendepunkt werden, in dieser Liga, in dieser Liga, in dieser Liga, in dieser Liga, in dieser Liga... Eigentlich wäre es jetzt gut, ihn rauszunehmen, Leute, sich... Lieber ihn rauszunehmen... Man weiß nicht, was noch passiert, Leute. Ob es noch... Ob es noch irgendwie... Was aber. Wa ja, Junge, Mann. Ja, nur mehr da leider jetzt. Ja, 4-1, Leute, 4-1. Oh, Alter, 4-1. Oh, Mann, was für ein Erlösungsspiel heute. Was für ein Erlösungsspiel. Das Viertelfinale des DFB-Pokals wartet auf uns, Leute. Das Viertelfinale wartet auf uns, Leute. Das Viertelfinale wartet auf uns, Leute. Das Viertelfinale wartet auf uns. Alter Schwede, das Viertelfinale steht kurz vor Beginn, Leute. Wir sind im Viertelfinale, Junge, im Viertelfinale, mein. Berlin wartet schon fast bald. Einfach mal mal Ruhe spielen. Wir haben Zeit und wir müssen jetzt... Mit Hetzen, Leute, mir haben's... Ah, schade, nicht ganz... Ah, Mann, nicht ganz rumgeguckt. Ah, ich wollte eigentlich auf Suarez spielen, eigentlich. Auf Suarez. Erstmal wieder bitte ruhig, den Ball aufnehmen, ruhig. Oh, Mann, jetzt wird's doch noch mal um, Mann, um, uh... Oh, Mann, um, uh... Oh, Mann, um, uh... Oh, Mann, um, uh... Oh, Mann, um, uh... Alter, die Leipziger sind wieder... Sind wieder dran, Leute, sind wieder dran, Leute. Vielen Dank. Und wie es aussieht, ist das Spiel jetzt entschieden, Leute. Hoffentlich ist das Spiel doch jetzt endlich entschieden, Leute. Hoffentlich ist das Spiel jetzt entschieden, Leute. Ich hoffe so sehr, Leute. So sehr, Hoffnung. Das Spiel jetzt entschieden ist, Leute. Das Spiel entschieden ist. Dass wir ihn gekriegen haben, war wirklich nicht schlecht. Dass wir Murphy bekommen haben, Leute. Dann Leipzig noch irgendwie nochmal zurückkommen. Oh, da wird es halt schwer. Drei Tore jetzt in fünf Minuten plus Nachspielzeit zu machen. Oh, Mann. Wir waren alle zu offen. Das ist unser Problem, Leute. Oh, Mann. Die Tore, die Gegentore, die sind unser Konterproblem. Die Tore, die sind unsere Kontergrenze. Von der Tore, die Tore. Also, die Tore, die sind unsere Kontersträger. Oder, die sind unsere Konterreger. Es war alles ansässig. Du spielst nach Hause. Schade, aber das Spiel ist fast rum. Das Spiel ist fast rum, Leute. Das Spiel ist fast rum, Leute. Jetzt noch mal. Warum die Pässe nicht mehr zu? Aber ist egal. Der FC Gaming ist im Viertelfinal des CFP Pokals. Junge, Mann. Junge, Junge. Sie haben es geschafft. Hier RB Leipzig besiegt. Alter Schwede, Junge. Was für ein Krimi. Gladbach war... Gladbach ist raus. Alter Schwede, was? Okay, wer ist weiterkommen? Ba... Okay, Gaming, Freiburg, Frankfurt, Mainz ist weiter. Und die müssen noch spielen. Die müssen noch spielen. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber es sind jetzt wirklich nur noch Gegner vor uns. Und jetzt... Das ist so, dass wir zu uns gekommen sind. Oh, Alter. Das war wichtig, Leute. Das war so wichtig, Leute. Wir sind zufrieden, Leute. Ja, und heute sind wir richtig zufrieden. Ja, mit ihm sind wir noch stärker Leute. Ja, Fuchs hat uns auch mit geholfen, Leute. Fuchs war, aber jetzt sind wir ja in der Rückrunde haben wir noch zwei Wettbewerbe dabei. Letztens waren wir in der Rückrunde komplett nur Liga gespielt. Nur Liga haben wir gespielt. Okay, nur Liga gespielt. Okay, okay. Vor einem halben Millionen war es gekriegt, Leute. Das ist auch wichtig. Gegen Düsseldorf spielen wir als nächstes, Leute. Junge war das ein hartes Spiel. Aber Leute, gegen Düsseldorf spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt's für heute euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und PG bis den...